Hallo Leute, hier ist Janet. Willkommen bei Heidecke. Für neue Leute, die uns noch nicht kennen, wir führen Haartransformationen durch. Heute haben wir den Sascha bei uns. Es ist schon ein langjähriger Kunde von uns. Mega cooler Typ. Lasst euch überraschen und kommt einfach mal mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das hat schon viel ausgemacht. Das glaube ich. Ja, ihr habt gesehen, Sascha trägt bereits ein Hey2Go von uns. Ungefähr sieben, acht Monate alt und heute hat er ein neues bekommen. Wurde auch Zeit, weil irgendwann ist natürlich auch die Abnutzung da. Haare fallen aus, Haarfarbe verändert sich. Und deswegen ist es Zeit für ein neues. Das hast du heute bekommen. Sieht mega geil aus. On point, wie ich immer sage. Haarschnitt ist wieder geil. Hat Janet wirklich sehr, sehr gut gemacht. Natürlich. Liebe Grüße von dieser Stelle an dich, Janet. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, auch gerne die anderen Kanäle. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf unserem Channel. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Euer Dominik und Sascha.